Oh, ich habe einen Jungle Fill bekommen. Ist ja mal interessant. Kein Heilmittel für Narren. Kein Heilmittel für Narren. Doch, es gibt ein Heilmittel für Narren. Bann von Zett und Yasu. Es wird Ihnen eine Ehre sein, zu meinen Füßen sterben zu dürfen. Eggspielpanther. Vier Sekunden im Kampf, verleiht ihr den ersten Eindruck gegen einen kinesischen Champion. Kills, Kills, plötzlich Einschlag. Da war auf das Lauftempo. Das müsste ganz okay sein, denke ich. Wir haben den besseren Singer-Target. Aber die haben halt mit Tristana und Amu eine ziemlich egelhafte. Egal, Gruppen, Engage. Reicht die Sekunden, was? Gut, wir machen Zinsch hier unten. Wollt ihr in Waden gehen? Ah, klar, Zinsch will in Waden gehen. Ich habe den da, ne? Ich habe nicht meinen W. Lass uns vorrücken. Wie war Sonne? Ja. Oh, der Glutzeit. Oh. Nein, Dude. Eine Frage der Ehre. Der Level 1 Tower, bist du irre? Alter, hier ist noch ein Timo. Auf der Stelle. Moins. Okay, der war auf jeden Fall worth. Jetzt nehmen wir noch den Blue-Buff, würde ich sagen. Wenn das cool ist für euch. Das wäre echt geil. Amumu ohne Blue ist halt super behindert. Trink's. Trink's. Ach, nee, Jungs. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ist jetzt rein. Wir haben ein super Level 1 stattgehabt und jetzt fehlt ihr rein. Das ist doch kacke. Wie gut das hier ist. Ja. Kann ich nicht rein. Ne, es war wieder nicht ordentlich angesagt hier. Genau, dass du den fliegen willst. Nope, 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 nope. Don't do this. What? What the fuck? Ja, okay. Ja, wäre geil, wenn du nicht direkt da durchgelaufen bist. Ne, nehm nicht mich. Sehr schön. Good job. Das ist einfach zu gut. Zwei Kills ohne einen Drake. Auf jeden Fall. Nope, da gehe ich nicht lang. Eine Frage der Ehre. Ich gehe mal die Beheeren. Zum Porten. It was at this moment that he, ne? He fucked up. Oh fuck. Portland Snowboard macht irgendwie mehr Spaß, glaube ich. Ich gehe nicht lang. Ich gehe nicht lang. Dead. Habe ich gehört. Ich kenne meinen Weg. Tschüss. Bamm. Krieg mir noch eine Welt, ne? Oh, ich nehme ihn mal live wieder mit, die Erfolgen. Ich lauf einfach mal rein. I'm fast. Dead. Sehr schön. Cutakles kann man auch immer gebrauchen. Der Z kann natürlich eine Midlane, ja. Übel, Beto. Good job. Okay. Holy fuck. Hier ist ein Wort. Triple kill. Wird einfach ungetrippelt. Wenn halt alle über die Mauer gehen, die halt bürsten können, ist halt gigi. Weil es so eine Cutter mit zwei Stunts an der Seite ist halt übel fett. Aber ich glaube, jetzt wird es eng. Ja. Lol. Okay. Ich komme wieder. Bin wieder da. Ich komme nicht ran. Lol. Ich komme doch ran. Okay. GG. Alter Schwede. Das war mir wirklich mal eine Trampelparade. Es war zwischendurch shaky, ja. Aber Leona ist halt einfach... Meinen wir nach Leona GG. Einfach diese Leona Pick mit Sinched. Äh mit Pantheon. Sweet. Und Kate noch dazu. Das ist halt ne ekelhafte CC Chain on A+.